Hey Leute, in dieser Lektion möchte ich dir einmal zeigen, warum du daheim mit deiner Energie unbedingt bewusst umgehen solltest. Wenn du Lust darauf hast, dann bleib dran. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Energiesparformel. Mein Name ist Manuel Werner und du wirst auf diesem Kanal einige Videos dazu sehen, wie du daheim deine Energiekosten und somit auch deine Strom- und Wasserrechnung mit einfachen Tipps und Tricks stark senken kannst. Doch was ist eigentlich das Geniale am Energiesparen zu Hause? Zum einen einmal, die meisten Leute denken, dass du zu Hause nur Energie sparen kannst, wenn du wirklich große Dinge veränderst, wie zum Beispiel deine Fenster austauscht oder eine extra Wärmedämmung an unsere Hauswand bringst. Doch hier liegen sie einfach falsch. Denn es gibt viele kleine Dinge, die mit wenig Aufwand sehr viel Energie sparen können. Der zweite Punkt ist der, dass wir uns ja nicht nur Energie einsparen, sondern auch noch eine Menge Geld. Die meisten Leute unterschätzen es einfach, wie viel Geld man sich hier eigentlich einsparen kann. Und nebenbei noch gesagt, unsere Wasser- und Stromkosten sind nicht fest. Denn das habe ich auch schon oft genug gehört und es stimmt einfach nicht. Du selber entscheidest über die Höhe deiner Strom- und Wasserrechnung. Wie viel Geld du dir im Jahr bei einsparst, hängt auch noch von deinen persönlichen Gegebenheiten ab. Wohnst du zum Beispiel alleine, kannst du natürlich nicht so viel einsparen, wie wenn du ein großes Haus mit vier Personen besitzt. Eine weitere coole Sache ist die, dass du dir das Geld nicht nur einmalig einsparst. Wenn du einmal weißt, wie du daheim am effizientesten mit deinem Wasser und mit deinem Strom umgehst, dann sparst du dir ja jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr diese Menge an Strom, Wasser und Geld ein. Wenn du zu Hause Energie sparen möchtest, dann darfst du nicht immer nur auf den Moment schauen. Überlege dir lieber nicht, wie viel Geld du dir innerhalb eines Monats einsparen kannst, sondern schaue lieber auf zwei bis drei Jahre. Wenn du das tust, dann hast du das Prinzip verstanden und du kannst dir wirklich sehr viel Geld einsparen. Der dritte Punkt ist der, dass wir nicht nur mehr Geld zu Hause haben, sondern dass wir gleichzeitig auch noch unsere Umwelt schützen. Ich finde es etwas verwirrend, dass sich so wenig Leute für den Umweltschutz interessieren. Immerhin leben wir doch auf unserer Erde und möchten, dass diese auch so sauber und so schön wie nur möglich bleibt. Wenn wir zu Hause mehr Energie verbrauchen, als wir eigentlich benötigen, schaden wir unserer Umwelt automatisch. Aus diesem Grund ist es doch eine super Sache, wenn du dir daheim Geld einsparst und auch noch unserer Umwelt hilfst. Doch genug zur Theorie. Jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß mit den verschiedenen Lektionen auf diesem Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du der Meinung bist, dass es auch anderen weiterhelfen kann, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben hinterlässt und meinen Kanal abonnierst. Und dann gucken,